Seid gegrüßt Freunde, hier ist der Elpiray und es geht wieder mal los mit einem Let's Wifi, diesmal in Let's Battle vs. Moor, wenn Moor den Raum endlich offen hat. Ja, Moor wird nicht mit sprechen, das hat Gründe wegen Mikro und blub 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 und deswegen werde ich euch alleine diesmal unterhalten, in diesem Let's Wifi. Okay, hat jetzt nur drauf, dass er den Raum aufmacht, das könnte vielleicht noch einige Minuten dauern, ja, eigentlich war ja geplant, dass ich mit Moor das mache, mit Skypen und mitreden, aber das hat leider nicht so ganz funktioniert, deswegen müssen wir uns so zufrieden geben. Moment, ich schreibe die noch mal kurz. Und Mann ist Raum F No So, mal sehen, was er dazu sagt. Ach ja Aufkommen Moor Macht die Forten auf Wir wollen hineintreten Auf, machen, auf, machen, auf, machen Sonst mache ich mich hier zum Affen Oh, Mist, das hat mein FC gesehen Ob, beiler Na, das bringt euch sowieso nix Wenn ich, ja Wupp, wupp Ich kann ja meinen Freundeslusten durchgehen Matze, Jo, Matze Ich hab's ja eine Matze drin Sozi Smooth Ich hab' ja Matze Zixano Dämon Sonar Nio Bodo Bodo Ähm No Hero Marv So Dauert wohl doch noch ein kleines bisschen Wenn's wirklich länger dauert, werde ich jetzt einfach hier mal einen Cut setzen Dann sehen wir uns, wenn der Raum endlich offen ist So, da bin ich wieder Ja, Moor hat sich eigentlich bereit erklärt, diesen Raum zu öffnen Nun treten wir mal einen Und er hat für uns den LP Ray Na gut, treten wir mal einen Mal sehen, ob ich in den Hintern getreten bekomme Oder ich ihm in den Hintern trete Hu, 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 hu Na mal sehen Was ich noch so kann Wir spielen Best of 3 mit 3 Leben Das heißt wohl Ich werde ihn Mit unterschiedlichen Charakteren versuchen fertig zu machen Äh, ich nehm erstmal Wolf Ich denk mal, ich krieg am meisten mit dem hin Ich nehm Schlachtfeld Zack Ach, Mann, der letzte war zu hoch Okay, Moor Ah, Sonic War klar Weg ist es, komm her Oh, jetzt komm ich gar nichts dazu Über diese eine Person zu sagen Das heißt, ist hier nur Button Smashing Und Dreht ihn in den Hintern Ja, ich bin ein Smash-Slammer Ich benutze gerne Smash-Angriffe Für die Smash Brothers Freaks jetzt mal so auf gut Deutsch Ich habe gar keine Ahnung Ich benutze es irgendwie gerne Oh, oh, oh Das war knapp von dem Lüge der Sonic-Spieler Krieg das doch locker hin Ja, komm her Nix da So, man sehen muss ich das noch hinkriegen Aber Das geht bei dem Schnellen Eagle Nand Gut Ach, komm her Ich muss aus deiner Reichweite gehen Ach, verdammt Okay, es bringt Ach stimmt Bringt das was, wenn man auf die Reichweite geht? Weiß gar nicht Man merkt schon Er ist ein sehr starker Sonic-Spieler Ah, nein Ich glaube es nicht Deswegen hat er so lange gebraucht Ich glaube es nicht Nur um das zu ändern Eieieiei Boah Jassi Knaller Das muss sie jetzt sein, oder? Kickt er mich runter Mann, 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 Mann Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet mit Ah, verdammt Ich lass mich doch Verdammt nochmal So Jetzt aber Jetzt zurückgeschossen Mann Muss glaube ich bei ihm einen anderen Karat nehmen Das kriege ich mit Wolf nicht hin Das kriege ich mit Wolf nicht hin Das kriege ich mit Wolf nicht hin Der guter alter Wolf schafft das nicht Komm her Der nimmt mich doch echt auf den Arm. Ich glaube, da muss ich wirklich andere Seiten aufziehen. Mann, das geht mir gerade selber auf den Sack, dass ich so viele Smash-Attacken benutze. Komm her. Definitiv keine Chance. Zumindest nicht mit diesem Leben. Na, verdammt. Ich wollte ihn noch erwischen. So. Verdammt! Aber das klappt. Zumindest ist eines klappt. Weg mit dir. So. Ja, nice. Ah, verdammt. Dafür kriege ich einen Tritt des Verderbens. Ja. Okay, jetzt andere Seiten aufziehen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. So. Äh, jetzt aber. Wie lange haben wir gespielt? Ich hoffe, ich kriege es noch hin. So. Ich nehme die Map. So. Let's go. Donkey Kong! Nein! Ah, verdammt. Dieser fette Gorilla. Ich hasse ihn. Dufe Gorilla. Komm her. Komm her. Du und deine langen Hände. Ist aber dafür auch eine riesengroße Zielscheibe. Komm her. Zack. So, weg mit dir. Eiskalt abserviert. Bäm! Ist die Plattform. Verdammt. Sie hat mir gerade den Arsch gerettet. Boah. Ein Wurf in den Tod. Komm her. So. So. Oh, verdammt. Hätte er jetzt geschlagen, hätte er mich vollgekannter erwischt. Zack. Ah, komm her. Der Kampf ist echt, da muss ich mich konzentrieren, wie blöde. Kann ich nicht so viel quatschen? Woher ich das eigentlich gerne wollte? So. Da hin? Nix da. Noch eine Runde, hm? Loll. Eigentlich wollte ich eine andere Kampfstellung machen, aber okay. Da hin. So. Oh, die Klatsche des Verderbens. So, du Affe. Ach. Komm her. Schön mal, jetzt einen Angriff zu spämen und... Das wird ein richtig knappes Match. Ich hab das erste total verkackt. Aua. Die Google-artigen Attacken kannst du auch von mir aus... Bitte lassen. Bitte lassen. Oh, Mann. Ich will keine eiskalte Abfuhr. Verdammt, das war sie. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Eiskalte Abfuhr bekommen. Sieger ist... Donkey Kong. Das heißt wohl... Ich bin total auf die Fresse gefallen. Best of three. Naja. Das war jetzt richtig fail. Mal sehen, ob er jetzt online kommt. Keine Chance. Dafür hab ich das Spiel nicht gut genug drauf. Na gut. Dann sag ich jetzt mal... Ich hab... Dieses Match... Leider, leider verloren. Schade, schade. Naja, moah. Bist besser. Geht mich geschlagen. Nun denn. War ein schönes Match. Gerne mal wieder, aber... Nächstes Mal mit Headset. Ja, jetzt schreibt ihr noch zu mir Sieg. Das war mir sowas von klar. Ging mir so ein Sonic-Profi komisch eben nicht an. Victory is mine. Ja, und jetzt noch so ein Grinses-Smiley. Ich glaub es nicht. Okay, Freunde. Damit beende ich dieses... Let's Battle. Let's Wi-Fi. Let's Wi-Fi Battle, genau. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. See ya. Jetzt schreibt er noch GG.